Oh, was ist los? Echt? Ach komm, jetzt nehmen wir bitte die Flasche wieder aus dem Bild. Oh. Danke. So Leute, willkommen zurück. So, let's play Terraria und so. Und euch steht Action bevor. Ihr wisst ja, was ich im letzten Part angefangen habe. Du machst rechts, ne? Ich werde erstmal die Flasche ernten. Dings. Weil bevor wir jetzt bald die Wall auf Flash machen, werden wir unsere Welt noch ein bisschen mit Matsch zahlen und hoffen, dass nach der Wall die Welt nicht untergeht, zumindest nicht bei uns. Weil wir werden danach ziemlich krass zu kämpfen haben. Selbst im Medvorbereiter. und hoffen wir so schnell. Bloop. 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 Wir haben zu viel Erd Definitiv Oh, keine Sorge, die Tür wird nicht weniger Sonst? Was? Kein Ding Und dann soll ich ja noch bisschen Erde fahren gehen Das machst du doch sowieso, wenn du das Du ersetzt doch die Erde durch mein Stoff, dann kommst du doch dann Erde wieder rein So, 2690 Blöcke Okay Gut Das ist so beweglich, nicht? 3,2 Meter, das wäre jetzt aber auch anstrengend Ja Also, das schafft es nicht mehr leicht Nee, kann ich nicht verstehen Seelische Power habe ich nicht Seelische Power habe ich nicht Nee, das kann ich nicht verstehen Bei den Gefahren, die auf diesen 200 Meter gelaufen waren Ja Das war ein Verstehen, ja Viele Helden haben es schon versucht und sind nie wiedergekommen Die haben mir die 2 Meter gefahren, die ich die verwundet Nee Da hast du sie gleich gemässert Da hat's kein zu viele Zeilen enthör gespielt Ach, da sind die ganzen Matchplöten Hier sind die ganzen Matchplöten Wir sind hier erst mal ganz wichtig drüben, weiter So tue dies Mach ich auch Ja Leute, ich würde euch gerne was Spannendes erzählen, bis auf die Tatsache, dass ich immer noch nicht mit der neuen Grafikkarte aufnehme an meine vierte Nachbarin Hat sie ihn geklaut? Nee, ist einfach noch nicht da Hat sie ihn kompetent Ja, ist ja Ja, Freunde, das ist Das spreche ich jetzt nicht, ne? Sie ist davon gerollt und ist wieder aufgetaucht Ich finde das Ja, nee, ich meine, das ist eigentlich hier bezüglich Hartz IV und so, aber Ja, Leute, der Matchplöten ist voll spannend, ey Na, man sollte sich nicht mehr fliegen, äh, man läuft ja wieder die ganze Zeit mehr fliegen, ich bin schwer über den Bestauf Ja, was? Das ist doch gut, aber nur nicht so Das läuft über den Bestauf, cool, geiles Hintergrund Ah, das ist schon, ne? Ja, das ist schon, ne? Na, Schatz Na, Schatz Boah, ey, warum ist das jetzt mal Sport, da, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll So beschissen wir sonst auch Sonst ist das heiß, ne? Ja, sicher Brauchen wir die Frau Wendt 45 noch? nicht aussehen und sind und nicht Nee, will ich nicht verlieren. Will ich auch. Ich weiß nicht mehr. Will ich nie verlieren. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. So, Bäume. Geht mal weg. Steht der Weg. Eigentlich ist das mit dem Dschungel ganz praktisch. Weißt du warum? Weil. Wenn die Bäume nicht mehr selber pflanzen müssen. Aha. Naja, die wachsen noch in den Dschungel von alleine. Die haben wir noch schlecht wegen dem Zeug. Was hast du denn hier, wer ist das? Ja. 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 Oh, du mögen wir da wieder von. Hast du noch die Kisten oder musst du kommen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, Mann! Scheiße. Was denn? Lass mich raten, der passt halt, oder? Nein. Sondern? Ich hab die Demonite-Bahn vergessen. So, also, der mit Demonite-Bahn ist ein. Das ist ein Schildeskettchen zu dem Demonite-Bahn, und so ein, und ja kommen ja zusammen kann ja auch zusammen nicht n und das kalträume so ein städteisen und zielbar ein kopf auch um das heißen wollen die kiste und im 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 So. Und dann. Und dann. Die, die, die die, die die. Die, die die, die die. Die, die die. Die, die die. Das bleibt in der Tür. Und dann. Das bleibt aus der Tür. Der ist da. Was ist das Beste? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich kann es nicht mehr sehen. Prozent zum Mieter und was brauchen wir alles um den Wormer zu stellen in das Wort ist es war weil Trauer und Arten und Jan er ist schön und aber immer schon was war das war das war aber ein paar anderen Worten schlank das war auch noch ja und 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 schweizendweißer beschrieben sind zu stehen ich bin nicht auch das ist nicht mehr die nicht mehr das ist nicht mehr so gut das das auch das ist und in zehn Augen jetzt wird es morgen komm ich als Spaktur aktuell Miet und ich habe jetzt noch mal eins n macht er kaum Schaden mit das Träume und 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 gewonnen sind zwei Prozent von Freunden auch ein Schatz ich habe mich nicht so wunderschön ich muss werden das hat sich haben wir noch zwei Hände schlitzelter Kind Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? So, 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 so. Ach, ganz locker einfach mal fixieren. ich bin der St in der Schmennung Ahm. Geil. Oh. Oh. Mega beleichen Peile. Wie müsste es dafür eigentlich Erfolge geben? Ah. Zehn Augen neuner nach. Zwanzig Augen neuner nach. Ah. Ultra Hardcore Leute. So 50 Augen neuner nach. Hm. Das kommt weg. Nur noch Mausklick im Hintergrund. Nur noch Mausklick. Hey Maus, mach den Kommentar nicht wieder. Ja, na. Aber ich muss das Zeit. Äh. Wow, 1006 Schaden grad, ey. Einzelnen händlichen Klein, aber. Ja. 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 Du n mal. Ja. Ja. Ja, nennt man das ein? die Markel und Sölte auch abrücken um die Städte ich bin das war ab Okay. Ui, fump. Haa, peeks 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 peeks. Da, 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 da. Nein! Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wenn du kommst du. Los, schätze dir noch zu Ende. Boah, epic. Hallo, epic, clown battle. Ja, die Klingel einwand. Komm, naja. Ja, hallo. Ja, hier to me. Hallo, das ist es. Wir stellen sich auf der Fischi auf. Na, ich sag dir dann. Ah. Danke. So, jetzt geht's nicht weg. hat nicht mehr viel von 83 Steve lass das Auge das Auge rennt nochmal kurz weg äh 18 Goldkorn wie viel Goldkorn hast du? ich hab 13 und mal dass es sich jetzt hier und hat er noch drei Goldgegeben Oh mein Engel da ist er was ich vom Auge so zu bekommen ich bin voll die Präsenz nicht nöch ja das Pfeile kann ich noch verkaufen schock noch gar nicht immer ein paar meinten alles verkaufen im Prinzip ich weiß nicht mehr schätzt er einsteckend schluss zusammen als noch was mit dem abdecken gut das machen wir dann sowieso nicht mehr in der Welt weil wir ja von Null anfangen ich bin also ein Geld in den Sonnenschein kaum um einstehend zählen auch verkauft Was hat denn deine Wolke? Meine Wolke hat... ...drei Millispeed Grafstelle muss jetzt noch mal ... Alter! ... 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 Stimmt, mein Ziel kann ich auch viel noch machen. Stimmt und so hat sie brauchen auch immer mehr Maschinen zu kommen noch mal um die Zins anwaltete hier im Kursen hier haben wir müssen dann nach der Wahl einfach nur eine Form draus machen Prozent Prozent wenn man die im Drängers zu uns ist dies sind um in der anderen Reihe wo die Kissen sind auf der linken Seite in den Kisten, die aller, äh, die ganz rechts ist, die für die erweiterten, die die normale, ja, wie die für 100 Leben und, äh, die links daneben, genau die links daneben ist dann die für die normalen. Okay. Brauchst du ein paar Hühnungen für Schüsse? Hey, ich hab... 32, ich krieg die sowieso nie leer. Ich sagte da, wenn ich brauche. Ist das hier schon ein Dschungelschleim? Der Hammer. Stopp. Steh! Das ist eigentlich sowieso keine schlechte EG, weil die lassen mehr Geld fallen als die normalen. Ich hab... Ich hab... Das ist eigentlich sowieso... Das ist auch kein Dschungelschleim? Du schenkst. Untertitelung des ZDF, 2020